Hi, ich bin der Chris, ich bin der Bandfotograf von Divided in Spheres und ihr seht D.I.S.T.V. Ne, schliffen wir, da fehlt keine Rimmel. Ein nur verdickter Akt. Schnell mal vor, das ist ein ganzes Akt für das Album. Wir können ja klar kümmern mit dem blauen Band. Mann, das ist schwer. Das ist Ahoja. Ja, das ist Ahoja. Eva. Ja, so meinte ich das jetzt nicht. Badehaube. Das ist die Impfung, das kommt los. Drei. Kaspar, ist gut. Habt ihr auch? Ne? Doch. Aber es ist ja krass. Das ist meine Badehaube. Ein Dämpfer. Meine Badehaube. Geil. Mit dem können wir in den Augen fliegen. Wir brauchen nur ein dunkles Ding. Dunkel. Und nicht aber direkt in der Waden zu fahren. Hier. Ich? Das ist alles so hoch. Klar. Warum dunkel? Ja, soll man den Tuschee wegtragen? Nee. Boah, wir müssen uns mal einen Gitarrenständer kaufen. Ich geh mal einen Ausraster hin. Weil ich das Ding nicht hinstellen kann. Lass ich doch mal jemanden wo und setzen muss er sich. Irgendwie. Ist deine Lampe jetzt schon weg oder was? Kannst du da gleich draufsetzen? Auf dem Bass? Mit Helmhintergrund. Soll ich mich auf den Bass setzen? Chris. Da drauf. Der hat auch mit Helmhintergrund. Der hat auch mit Helmhintergrund gehabt. Helmhintergrund gehabt. Helmhintergrund. Das ist egal. Der muss ja Nuklen haben. Der Grunde. Kannst du es mal immer heruntersetzen, als das geht? Mit einer Hand. Ich kann ja alles da machen. Kannst du das gut zeigen? Kannst du den Bass immer so nehmen? Kannst du mal mit einer Hand? Kannst du mal probieren, wo sie nochmal aufschauen? Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018